In vielen deutschen Familien herrscht derzeit eine spürbare Nervosität. Denn Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, plant nicht nur den massiven Kauf von 105 Leopard 2-Panzern, sondern auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das bedeutet, alle junge, wehrpflichtigen deutschen Männer werden ein Formular erhalten, das sie ausfüllen müssen. Wer den harmlos klingenden Namen Wehrpflicht Leid hinterfragt und einen drohenden Krieg mit Russland am Horizont erahnt, kann sicher Sorgenfalten auf der Stirn haben, sich die zumindest nicht verkneifen. Denn tatsächlich könnte dies der Beginn einer neuen Ära sein, der mit dem Frieden, den wir über 80 Jahre in Europa gekannt haben, wenig zu tun hat. Bevor wir jedoch von Zukunftsängsten geplagt werden, möchte ich kurz mit uns darüber sprechen, was wir wissen, was möglich ist und was wir nur vermuten können. Das heißt, wir wollen folgende Fragen besprechen. Worum geht es bei der Musterung? Wie wahrscheinlich ist ein Krieg? Wie kommt es zum Krieg? Und eine Bonusfrage, was kann man persönlich tun, um sich zu schützen? Nun, wie verläuft so eine Musterung? Wie geht das ganz praktisch vor sich? Und heißt es, dass nach der Musterung, dass ich zum Soldat werde und einberufen werde, gibt es eine Möglichkeit, der Einberufung nach der Musterung zu entgehen? Das ist eine Frage, die wir hier zusammen besprechen wollen. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt los. In Deutschland erhalten alle Männer und Frauen mit 18 Jahren einen offiziellen Brief von der Bundeswehr. Und dieser Brief lädt sie ein, über die Möglichkeit eines Militärdienstes nachzudenken. Für Männer ist es verpflichtend, diesen Online-Fragebogen auszufüllen. Und für die Frauen ist es freiwillig. Warum diese Unterscheidung? Eine Verpflichtung von Frauen würde eine Verfassungsänderung erfordern. Und der Verteidigungsminister Pistorius, der möchte diesen neuen Wehrdienst sehr schnell einführen. Eine Gesetzesänderung oder eine Grundgesetzänderung würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Und daher bleibt es zunächst erstmal bei dieser bisherigen Regelung, dass nur die Männer gefragt werden. Interessant ist auch, ganz besonders, dass es eine Regelung gibt für queere Personen. Im Fall einer Einberufung sollen auch Männer mit geändertem Geschlechtseintrag nicht dem Wehrdienst entgehen können. Das sieht eine Sonderregelung im geplanten Selbstbestimmungsgesetz vor. Stand 2023. Der Fragebogen, den die jungen Erwachsenen ausfüllen müssen, erfasst persönliche Umstände. Die Einstellung zu Waffen z.B., die Bildung, deine Fitness. Und jedes Jahr sollen etwa 700.000 Männer und 600.000 Frauen kontaktiert werden. Und auf der Basis dann der Antworten identifiziert die Bundeswehr rund 40.000 Personen als potenziell geeignet für den Grundwehrdienst. Diese ausgewählten Personen werden dann anschließend zu einem ärztlichen Test eingeladen, eine ärztliche Untersuchung. Für Männer ist diese Untersuchung verpflichtend, für Frauen jedoch freiwillig. Nach der Untersuchung wählt die Bundeswehr dann die besten Kandidaten aus diesem Pool aus. Und auch, wenn sie dann ausgewählt wurden, bleibt die endgültige Entscheidung, den Dienst anzutreten, natürlich freiwillig. Stand heute. Diejenigen, die sich dann entscheiden, diesen Dienst zu tun, haben verschiedene Optionen. Sie können einen 6-monatigen Grunddienst machen oder eine Verlängerung bis zu 23 Monaten wählen. Längere Dienstzeiten werden dann durch verschiedene Vorteile, wie z.B. Rentenpunkte oder kostenlose Führerscheine oder Fachausbildung attraktiver gemacht. Und so bietet die Bundeswehr nicht nur eine Möglichkeit zur Verteidigung des Landes, sondern auch zahlreiche persönliche und berufliche Vorteile. Wer ist tauglich? Wer wird als dienstfähig erachtet? In Deutschland gibt es laut dem Wehrpflichtgesetz drei Tauglichkeitsgrade. Und das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung bei der Bundeswehr zeigt dies dann. Also die drei großen Überbegriffe sind wehrdienstfähig, vorübergehend nicht wehrdienstfähig und nicht wehrdienstfähig. Und der Tauglichkeitsgrad wehrdienstfähig wird dann noch in verschiedene Verwendungsgrade unterteilt. Da gibt es dann z.B. T1, das ist das Top-Level. Hier ist man wehrdienstfähig, voll verwendungsfähig. Und das bedeutet, dass man keine gesundheitlichen Probleme hat, keine Einschränkungen, keine feste Zahnspange. Die Augen sind ziemlich gut. Korrektur mindestens, also mindestens 0,7 Sehschärfe auf beiden Augen. Brille und Kontaktlisten dürfen nur ganz kleine Korrekturen haben. T1 sind also die Jungs. T2 bedeutet auch, dass man wehrdienstfähig ist, aber mit einigen Einschränkungen für bestimmte Tätigkeiten. Es bedeutet, man hat leichte gesundheitliche Probleme, die verhindern, einige spezielle Aufgaben zu übernehmen. T3 gibt es nicht mehr. Das ist ein Tauglichkeitsgrad, der wurde abgeschafft. T4 bedeutet, dass man vorübergehend nicht wehrdienstfähig ist, weil man temporäre gesundheitliche Probleme hat. T5 bedeutet, man ist nicht wehrdienstfähig. Das bedeutet, man hat dauerhafte gesundheitliche Probleme, die komplett den Wehrdienst ausschließen. Und T6 ist dann ein Tauglichkeitsgrad für Reservisten. Der wurde speziell für diese Menschen eingestuft, die vorher T3 waren. So viel zu den Details. Wie läuft das jetzt mit der Musterung ab? Jetzt stellt man sich ja vielleicht die Frage, Soldaten, wofür braucht man eigentlich Soldaten? Was ist denn, wenn wir in einem Atomzeitalter leben? Das heißt, wir haben Atombomben. Warum sind Soldaten dann überhaupt notwendig, wenn Nationen doch über eine immense Zerstörungskraft von Atombomben verfügen? Warum bauen Länder große Heere auf, wenn sie doch Atombomben haben, die einen Krieg sofort entscheiden können? Und da gibt es einige gute Gründe. Nämlich erstens konventionelle Kriegsführung. Auch wenn es Atomwaffen gibt, bleibt die konventionelle militärische Fähigkeit ganz, ganz wichtig. Es gibt immer wieder regionale Konflikte oder Friedensmissionen, bei denen herkömmliche Waffen und Soldaten gebraucht werden. Die zweite Sache ist Abschreckung. Eine starke konventionelle Armee mit Soldaten trägt auch zur nuklearen Abschreckung bei. Das bedeutet, dass ein Land durch eine starke Armee glaubwürdiger wirkt und dann abschrecken kann, bevor man dann eine Atombombe einsetzen muss. Das nächste ist, wir brauchen ja auch Leute, die die Atombomben und andere Dinge in der Armee betätigen. Also moderne Waffen benötigen hochqualifiziertes Personal für den Umgang mit diesen fortschriftlichen Waffensystemen und Technologien. Und da kommen natürlich Soldaten ins Spiel. Das nächste ist Krisenmanagement. Soldaten sind nicht nur für Krieg da. Die helfen auch bei Naturkatastrophen. Wir sehen jetzt gerade zum Beispiel die ganzen Überschwemmungen, humanitäre Krisen, andere Notfallfälle. Ganz, ganz wichtig, da auch eine Armee zu haben. Und dann das ganze Thema Cybersicherheit. Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Und auch da sind Armeen ganz, ganz wichtig für die Verteidigung von Cyberangriffen. Da brauchen wir auch wieder helle Köpfe, die dahinter stehen und die diese ganzen digitalen Systeme managen und betätigen. Also, wir brauchen neue Waffen, aber auch alte Waffen, Technologie und Personal. Gut, wir sind also am Aufrüsten, was uns als Europäer ja eher fremd vorkommt. Zumindest die, die mal im Alter sind, haben das nicht mehr so miterlebt. Da ging es eher in eine bessere Richtung. Und deswegen gibt es die berechtigte Frage, warum rüstet Deutschland nach einer so langen Friedenszeit wieder auf? Warum strebt Deutschland nach einer ausgedehnten Friedensperiode wieder eine stärkere militärische Präsenz an? Deutschland rüstet auf und das aus mehreren Gründen. Und ein ganz wichtiger Grund ist natürlich die veränderte Bedrohungslage. Der Verteidigungsminister Pistorius, der hat gewarnt und hat gesagt, noch in einem Jahrzehnt könnten Gefahren entstehen. Und die Drohungen des russischen Präsidenten gegen die baltischen Staaten, Georgien und Moldau, müssen wirklich ernst genommen werden. Zusätzlich ist die Bundeswehr mit ihren rund 180.000 Berufs- und Zeitsoldaten, das ist ein Stand vor noch ein paar Jahren, aber da hat sich nicht sehr viel daran geändert, nicht in einem guten Zustand. Deutschland vollzieht deswegen eine Kehrtwende in ihrer Außen- und Sicherheitspolitik, indem es aufrüstet und teilweise sogar die Ukraine mit Waffen unterstützt. Und es gibt da einen gewissen Zeitdruck, den man irgendwie spürt, Aufholbedarf. Pistorius sagt, dass Deutschland etwa fünf bis acht Jahre braucht, um wieder aufzuholen, sowohl in der Bundeswehr als auch in der Industrie und in der Gesellschaft. Also wie man darüber denkt. Das Wettrüsten geht also wieder los. Aber Deutschland ist nicht allein. Und das ist kein gutes Zeichen. Am 22. April 2024 veröffentlichte das Schwedische Friedensforschungsinstitut, SIPRI, eine jährliche Studie und mit Zahlen zu den globalen Militärausgaben. Und die lagen bei 2,44 Billionen Dollar. Um das kurz zu verstehen, eine Billion ist nicht eine Million. Das sind eine Million mal eine Million. Das ist eine Eins mit zwölf Nullen hintendran. Das ist so hoch wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und jetzt kann einem natürlich ganz schön mulmig werden. Sprich, stehen wir hier vor einem Krieg in Europa, in Deutschland. Basierend auf den aktuellen Informationen gibt es sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente für eine mögliche Verwicklung von Deutschland in einen Krieg. Und ich will vielleicht mal beide Seiten zeigen. Zuerst die Pro-Argumente, das ist die Eskalationsgefahr. Viele Deutsche, nämlich 70 Prozent, befürchten, dass der Konflikt zwischen Russland und dem Westen weiter eskalieren wird. Und diese Sorge könnte als Argument dafür gesehen werden, dass Deutschland in einen größeren Konflikt hineingezogen werden könnte. Der zweite Punkt ist die Unterstützung der Ukraine. Die Mehrheit der Deutschen unterstützt die EU-Sanktionen gegen Russland und wünscht eine entschlossene Reaktion der EU. Und das könnte darauf hindeuten, dass Deutschland bereit wäre, seine Unterstützung für die Ukraine auszuweiten. Was bedeutet auch, dass man vielleicht eine direkte Beteiligung, ja, dass das eine Sache wäre, die möglich wäre. Und die dritte Sache ist, Bündnis für Verpflichtung als Mitglied der NATO könnte Deutschland verpflichtet sein, seine Verbündeten zu unterstützen, falls der Konflikt noch weiter eskaliert. Und das bedeutet dann eine militärische Beteiligung. Auf der anderen Seite sehen wir die Kontra-Argumente, nämlich die Vermeidung der Kriegsparteirolle. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat betont und tut das immer wieder, dass die NATO keine Kriegspartei ist und dies auch so bleiben müsste. Das zeigt den klaren politischen Willen, eine direkte militärische Beteiligung zu vermeiden. Das zweite sind völkerrechtliche Grenzen. Völkerrechtsexperten sagen nämlich, dass selbst die Lieferung von Waffen oder Ausbildung von Soldaten ein Staat nicht automatisch zu einer Kriegspartei macht. Und das bedeutet, dass Deutschland viele Möglichkeiten hat, die Ukraine zu unterstützen, ohne selbst in den Krieg einzuträgen. Und dann letztendlich noch die öffentliche Meinung. Die große Mehrheit der Deutschen, nämlich 69 Prozent, lehnen eine ständige Präsenz der NATO in Osteuropa ab. Diese Zurückhaltung in der Bevölkerung spricht dagegen, dass Deutschland bereit wäre, junge Deutsche in einen Krieg zu schicken. Nun könnte man natürlich sagen, das ist eine sehr deutsche Sichtweise. Wenn wir nach Russland schauen, ist es wahr, dass dort ganz anders geredet wird. Der russische Präsident Wladimir Putin hat davor gewarnt, dass es Folgen haben könnte, wenn ukrainische Soldaten deutsche Waffen gegen Ziele in Russland einsetzen. Solche Angriffe wären ein gefährlicher Schritt, so hat es Putin gesagt. Schon die Lieferung deutscher Panzer in die Ukraine im letzten Jahr war für viele in Russland ein richtiger Schock. Und die Sprecherin des Außenmysteriums, Maria, sagt, Russland weiß, dass die Ukraine nicht in der Lage ist, Marschflugkörpfer zu programmieren. Diejenigen, die es programmiert haben, müssen die Konsequenzen tragen, also auch Deutschland. Sprich, wir wissen, die können das nicht, da muss jemand anders dahinter stehen und wir wissen, dass das Deutschland ist. Wie soll man das als Person aus dem Westen verstehen? Armin Körper, der CDF-Korrespondent in Moskau, nimmt uns da wirklich nicht den Wind aus den Segeln, wenn er meint, Moskau sagt, man will darauf anders reagieren, das heißt mit anderen Mitteln und gegen andere Ziele als die Gegenseite. Das heißt, wir machen das anders, ihr macht vielleicht hier, kommt ihr mit kleinen Dingen an, wir können auch mit großen Dingen reagieren und auf einer ganz anderen Seite, als ihr das über, wie ihr das gedacht habt. Und da sagt Körper, das kann also auch eine Nukleardrohung, als eine Nukleardrohung verstanden werden. Die Welt kann sich also sehr schnell ändern und manchmal sehen wir Zeichen, die auf Probleme in der Zukunft hindeuten. So wie zum Beispiel bei Russland und der Ukraine. Zuerst dachten viele, Russland würde nur Übungen an der Grenze machen und dann kam es zu dem Krieg. Und jetzt beobachten manche Leute, dass Russland wieder genau das Gleiche macht und die denken, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren wieder Ärger geben könnte. Und diese Sorge ist nicht unbegründet, denn bei der Vorstellung seines neuen Wehrdienstkonzepts von Pistorius, da äußerte sich dieser Verteidigungsminister sehr, sehr ernst. Er hat gesagt, man muss davon ausgehen, dass Russland 2029 in der Lage sein wird, einen NATO-Staat anzugreifen. Und deshalb ist die geplante Musterung nicht nur eine vorbeugende Maßnahme. Pistorius betont, dass die Bundeswehr, Deutschland und die NATO ihre Fähigkeiten zur Abschränkung und Verteidigung ausbauen müssen. Und das klingt natürlich alles sehr, sehr düster, denn Krieg in Europa gibt es leider nicht zum ersten Mal. Man kann vielleicht die Geschichte Europas sich anschauen und jetzt könnten wir uns fragen, gibt es da bestimmte Muster oder Pattern, die wir sehen können, die immer wieder vorkommen, bevor es dann zu dem Krieg kommt. In der Geschichte gibt es tatsächlich einige Muster, die sich vor Kriegen immer wieder zeigen. Und vielleicht eine Seite ist die militärische Seite. Da sehen wir sehr, sehr oft, dass es erstmal eine massive Aufrüstung gibt, bevor der Krieg anfängt. Länder pumpen sehr viel Geld in ihre Armeen, kaufen neue Waffen, führen große Militärübungen durch. Und das kennen wir zum Beispiel sehr, sehr gut von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Zweitens die Wirtschafts-Wirtschaftskrisen, Handelskonflikte bauen Spannung auf zwischen Staaten. Manchmal stellen Länder ihre Wirtschaft auch schon auf Kriegsproduktion ein oder um. Genau so wie das war zum Beispiel Nazi-Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg. Drittens die Politik. Wir sehen sehr oft den Anstieg von Nationalismus, Propaganda gegen andere Länder. Diplomatische Beziehungen werden schlechter, Verhandlungen werden abgebrochen. Gleichzeitig suchen Staaten nach Verbündeten für mögliche Konflikte. Und dann viertens die Gesellschaft. Regierungen bereiten die Bevölkerung mental auf einen Krieg vor, durch Medien, durch Reden. Bürgerrechte werden manchmal eingeschränkt, angeblich für nationale Sicherheit. Wichtig ist, einzelne dieser Anzeichen müssen nicht zum Krieg führen. Aber wenn mehrere zusammenkommen, dann steigt das Risiko eines bewaffneten Konflikts deutlich. Wenn wir manchmal ganz neutral da drauf gucken, müssen wir sagen, dass es Richtung Krieg geht. Es muss nicht unbedingt Krieg geben, aber es wird immer wahrscheinlicher. Und jetzt fragen wir uns, warum gibt es überhaupt Krieg unter Menschen? Denn die Realität ist doch die, dass niemand wirklich Krieg will. Niemand möchte erschossen werden. Niemand möchte seine Mutter verlieren oder seinen Vater ohne Vater aufwachsen, ohne Mutter. Niemand möchte, dass das schöne Haus, was man hat, zerstört wird. Oder dass tiefe Narben in die Gesellschaft entstehen, die Generationen dauern, Nationen, Völker und Gemeinschaften werden auseinandergerissen. Und dennoch ist die Geschichte der Menschheit eine Geschichte von Kriegen. Trotzdem gibt es immer wieder Konflikte, die gewaltsam ausgetragen werden. Und ich sage nicht gelöst, sondern ausgetragen werden. Und die Problematik des fehlenden Weltfriedens, die liegt darin begründet, dass es keine übergeordnete Institution gibt, die den Frieden auf globaler Ebene garantieren kann. Es gibt keinen Papa, könnte man sagen, der ein Machtwort spricht, wenn die Kinder sich streiten. Und das ist ein ganz wichtiges Thema in den internationalen Beziehungen. Es gibt verschiedene Theorien, wie man trotzdem zu Frieden kommt. Wir können mal ganz kurz vielleicht durchgehen. Da gibt es auf der einen Seite, gibt es da den Realismus. Der Realismus in den internationalen Beziehungen, der sagt, dass es ein Fehlen einer zentralen Autorität, also so eine Art Weltregierung gibt. Und der Hauptgrund, das ist der Hauptgrund für Konflikte und Krieg zwischen den Ländern. Und jedes Land kümmert sich selbst um seine Sicherheit, weil es eben nicht diese höhere Instanz gibt, die das alles übernimmt. Und das führt zu einem Sicherheitsdilemma. Wenn ein Land sich verteidigt, kann das von dem anderen als Bedrohung gesehen werden. Sprich, wir bauen hier uns Atomwaffen auf, dann sagen die anderen, dann machen wir genau das Gleiche. Und dadurch entsteht dieses Wettrennen um Waffen und Streitigkeiten. Der Realismus betont, dass Macht und eigene Interessen die wichtigsten Dinge in der Weltpolitik sind. Deshalb ist es schwierig, eine große Organisation einzurichten, die Frieden für alle garantieren kann. Nach realistischer Sichtweise kann Frieden nur durch die Balance der Macht zwischen den Staaten und durch Abschreckung erreicht werden. Sprich, der eine hält mir eine Pistole an die Schläfe, ja dann halte ich ihm auch die Pistole an den Kopf. Und das bedeutet, dass man als Staat stark sein muss, um sich selbst zu verteidigen und dann potenzielle Feinde abzuschrecken. Und das ist, wohin wir gerade wieder zurückkehren. Aber das ist nicht eine Ära, in der wir aufgewachsen sind. Wir kennen eher eine Ära, die geprägt war von einem Liberalismus. Der Liberalismus, der sieht in den internationalen Organisationen und der Zusammenarbeit einen Weg, Frieden zu sichern. Institutionen wie zum Beispiel die Vereinigten Nationen, die UN oder regionale Bündnisse wie die Europäische Union, die EU. Die spielen dabei eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Sie fördern Frieden, Stabilität durch Diplomatie, wirtschaftliche Zusammenarbeit und gemeinsame Sicherheitsmaßnahmen. Sprich, wenn wir zum Beispiel auf der wirtschaftlichen Ebene einen gemeinsamen Markt haben, ist es für beide viel zu kostenreich, einen Krieg anzufangen. Also ein ganz cleveres Modell, was auch sehr gut funktioniert hat in Europa. Dann kommt der dritte Lösungsansatz, ist der Konstruktivismus. Der legt den Fokus auf Normen, auf Werte, auf Identitäten in der internationalen Politik. Er argumentiert, dass die Art und Weise, wie Staaten und andere Akteure ihre Interessen und Identitäten aufbauen, die Beziehung zwischen ihnen prägen. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es soll heißen, dass wenn wir alle gleich denken, dass wir auch dann auch alle gleich handeln. Das heißt, Konstruktivisten, die sehen in der Förderung von gemeinsamen Normen und Werten wie Menschenrechte, Demokratie, einen Weg zur Sicherheit des Friedens. Sie glauben, dass durch eine übergeordnete Institution, durch die Schaffung und Durchsetzung solcher Normen und Werte dazu beigetragen wird, Frieden zu sichern. Und das ist Europa, wie die meisten es von uns in den letzten Jahrzehnten kennengelernt haben. Sprich, eine junge Griechin, die in Frankreich Arbeitserfahrungen sammelt, kann von einem superbreiten Netzwerk und einer großen Vielfalt von beruflichen Möglichkeiten profitieren. Oder junge Menschen aus verschiedenen EU-Ländern können sich bei internationalen Jugendcamps oder kulturellen Veranstaltungen treffen und Gemeinsamkeiten entdecken, diese Normen, diese Werte zusammen aufbauen, die sie verbindet als Europäer. Oder ein junger Deutscher kann zum Auslandssemester nach Spanien reisen, ohne ein Visum zu beantragen, weil es eben diese Grenzen nur virtuell gibt und kann sich dann da fortbilden, kulturelle Erfahrungen sammeln. Das ist, wie es war. Momentan sehen wir aber den Rückwärtsgang. Bald könnte es heißen, dass jemand wie eine Sophie, die aus Deutschland kommt, plötzlich nicht mehr ihr Studium woanders tun kann in anderen EU-Ländern. Wird stark eingeschränkt, weil sie während wir auf der anderen Seite Grenzkontrollen und Sicherheitsmaßnahmen sehen, wie die wieder eingeführt werden und die politischen Spannungen sich in Europa verschärfen. Oder wir haben da einen Jonas, der wird eingezogen, junger Kerl, wollte vielleicht was ganz anderes machen, muss jetzt aber sein bisheriges Leben hinter sich lassen, um sich einem Militärdienst anzuschließen, der notwendig wird, weil es möglicherweise, wie wir gesehen haben, zum Krieg kommen kann. Ja, und das zeigt uns historische und aktuelle Beispiele, die zeigen, wie gesagt, sowohl das Potenzial, aber auch die Begrenzung solcher Denkansätze, wie zum Beispiel den Realismus oder Liberalismus. Und die versuchen zwar Konflikte zu managen, ohne jedoch immer auf die tiefer liegenden Ursachen einzugehen. Jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, schreibt ihr vielleicht einfach mal kurz in die Kommentare, was ihr für einen Lösungsansatz für den Weltfrieden hättet. Bleibt bitte dabei fair und respektvoll. Und da danke ich euch sehr, ich freue mich sehr, das zu lesen. Ich persönlich finde es besonders spannend zu sehen, was die Bibel vorschlägt. Die Bibel ist ja der Bestseller aller Bücher. Und wo immer die Bibel in die Tat umgesetzt wurde, da gab es Wachstum, Frieden und Fortschritt. Ganz kurz in Klammern, bitte nicht bibeltreues Christentum, also Christentum, was sich auf die Bibel fokussiert, mit Traditionschristentum verwechseln, wie zum Beispiel die orthodoxe, koptische oder katholische Kirche, die, wie sie selbst sagen, ist jetzt nicht ein Statement von mir, aber sich nicht alleine auf die Bibel stützen, sondern auf ihre eigenen Traditionen. Das macht natürlich einen großen Unterschied, der sich in der Praxis, in der Geschichte auch gezeigt hat. Ich will einfach nur darüber sprechen, was die Bibel sagt. Das wollen wir uns anschauen. Was sagt die Bibel in Bezug auf das Fehlen einer zentralen Autorität? Die Bibel lehrt uns, dass das Ablehnen einer übergeordneten Autorität zu Beginn der Beziehung zwischen Gott und den Menschen begann. Die Rebellion von den ersten Menschen, Adam und Eva, gegen Gottes Autorität im Garten Eden, das war der Ursprung der Sünde. Sünde nennt die Bibel genau diesen Zustand, dass eine Person keine höhere Autorität anerkennt. Und diese Ungehorsamkeit, könnte man sagen, führte zum Verlust von Beziehung. Zuerst mit Gott, dem Frieden des Menschen mit Gott und somit auch den Frieden des Menschen unter uns, den Weltfrieden. Am Anfang war natürlich diese Welt noch relativ klein, zwei Menschen, aber es hat sofort angefangen mit Missbrauch und Verleumdung zwischen Adam und Eva. In der ersten Generation danach besserte sich das auch nicht, also in der zweiten, die nächste Generation nach Adam und Eva, sondern es hat sich eher verschlechtert. Es kam sogar zum ersten Krieg, wie gesagt noch sehr klein, aber genauso blutig wie alles, was in den folgenden 6000 Jahren geschehen ist. Und seitdem ist diese Menschheit von der Sünde gezeichnet, ich würde sagen, verpestet worden, was zu sehr großen moralischen Herausforderungen und zerstörerischem Verhalten geführt hat. Aber die Bibel bestrengt sich nicht darauf, Probleme festzustellen, sondern geht darüber hinaus, genauer gesagt Gott selbst geht darüber hinaus, indem er in diese Situation eingreift. Er kommt in diese Situation hinein. Jesus wurde in die Welt geboren und das gerade als eine Musterung stattfand. Er ist in eine Welt geboren, wo gerade gemustert wurde. Er versteht daher diese Realität der Musterung und auch der Kriege vollständig. Und ja, so ist Jesus Christus in die Welt gekommen, auf Gottes Mission unterwegs, um den Weltfrieden wiederherzustellen. Aber dieser Frieden kann nicht erzwungen werden. Der Mensch muss sich freiwillig entscheiden. Gott, auf seiner Seite, hat alles getan, dass dieser Plan Wirklichkeit werden kann. Er hat alles vorbereitet, die Kosten selbst getragen. Das ist sehr eng verbunden mit dem Kreuz, worauf ich hier nicht näher eingehen würde. Das würde einfach zu weit gehen. Was ich betonen möchte, ist, dass alles bereit ist. Es ist alles bereit. Wir werden eingeladen. Was geändert werden muss, ist die Haltung der Menschenherzen. Gott ist ein Realist und gleichzeitig auch ein Konstruktivist. Realist, er weiß genau, wie die Lage ist. Und Konstruktivist, er weiß, dass sich das Denken verändern muss, damit die Taten sich auch verändern. Er ist sich sehr gut bewusst, dass schöne Worte und gute Ideen allein nicht ausreichen, um eine Veränderung herbeizuführen. Die Gefahr der Sünde und das daraus resultierende Misstrauen, kombiniert mit der Tendenz des Menschen, jede Idee für Machtergreifung zu nutzen, das ist für Gott sehr, sehr präsent. Aber dies kann nur überwunden werden, indem die Sünde besiegt wird. Und da ist Gott sehr realistisch und deswegen hat er das getan. An dem Kreuz ist Jesus Christus für die Sünde gestorben. Und jetzt ruft er auf, diese Denkweise zu ändern bei den Menschen. Er versteht, dass unsere Gedanken unser Handeln bestimmen. Und er lädt jeden Menschen ein, jetzt anders zu denken, denn die Bibel nennt dies, ein neues Herz zu bekommen. Das Herz spricht von unseren Gedanken. Gott lädt uns ein. Es ist Gottes Einladung an uns, ein neues Herz zu empfangen. Er verspricht uns, dass er am Ende dieser Tage mit den Menschen, die dieses neue Herz dann angenommen haben, eine neue Welt regieren möchte. Wir sind also derzeit in einem Warteprozess, in einer Warteposition hier auf der Erde, auf etwas Neues. Und jeder von uns kann sich entscheiden, ob er daran teilhaben möchte oder nicht. Das ist faszinierend und natürlich auch sehr herausfordernd. Und ich lade dich einfach ein, darüber nachzudenken und dich damit zu beschäftigen, wenn du möchtest. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!